Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Season 2 mit uns Kleiner 3 und ein paar Mongos sprechen wir wieder dazwischen wie immer mit ein paar Mongos und mir und dann ich habe einen Tourette Geig. Ja gut dann würde ich mal sagen verziehen wir uns wieder in die ich glaube ich gehe gleich noch mal kacken. So Niko. Ah gut schon einer der hinterher kommt. Scheiss Mitläufer. Ja was ist los? Wollen wir nicht in den Aufnahmeraum gehen? Ja stimmt. Oh ja stimmt wäre praktischer. So ist jetzt. Channelt sich verlaufen oder was? Ja ich habe mich verlaufen. So. Was macht ihr da bitte? Ja wir haben gerade so Channelswitching betrieben. Ja. Channelswitching. Channelswitching. So ich muss kurz für die Leute die bei mir gucken was erwähnen und zwar das Texture Pack das ich gerade nutze ist John Smith mit dem kleinen Touch von Super Secret Setting einer bestimmten Einstellung die ich arschgeil finde. Und ist hässlich. Doch. Meinst du das wo alle Farben so hin und her switchen? Nein. So LSD. Eine wo jeder einzelne Pixel eine Umrandung bekommt. Eine weiße Umrandung wodurch es sozusagen einen Tiefeneffekt hat. Hört sich voll scheiße an. Ja. Ja das ist eben. Das ist schön stellstellig. Ich war gerade hier vor meinem PC. Mund offen so. Was soll ich jetzt sagen? Was soll ich jetzt sagen? Was soll ich sagen? Ja das heißt es ist irgendwie scheiße. Äh Kali. Kali bist du schon wieder unten? Ne Kali ist schwanger. Was bin ich? Bist du schon wieder unten? Ich bin unten ja. Also ich muss jetzt Sand farmen für den Hausbau bei euch. Ja leider haben wir ganz wenig Sand in der Nähe. Ne. Ja das ist das Problem. Die Wüste dürfen wir nicht ausbeuten. Also ich gehe mal kurz in die Wüste und shoot mal nach Sand. Mach das. Kannst du mir bitte paar. Hm. Was ist denn da zwischen meinen Füßen? Sand. Ne ich glaube das ist nicht der Sand den ich brauche. Hast du wieder Sand in der Müse? Warum leften die jetzt alle? Was ist das Schwule sind? Hat das Spiel betreten. Ja weißt du. Jeremy ist scheiße. Der soll sowieso leften. Ja. Wo ist denn der eigentlich gerade? Keine Ahnung. Kannst du dich immer auf Skype anrufen? Ja mach mal. Halt doch deine dumme Fresse. Ach Mann 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 Mann. Dieser Kubi ey der braucht immer so lange bis er online kommt. Ne. Ja der kackt immer nach der Runde. Ja der kackt richtig geil. Danke Alex für den Beitrag. Hä? 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 Achso. Mal sehen was das kostet jetzt hier. Äh. Zwei Bögen zusammen zu craften. Äh. Drei Strings und drei Sticks. Oh. Vier. Vier Levels. Okay. Äh. Zusammen zu craften. Also im Klartext. Ähm. Nicht craften sondern zusammenfügen. Geil. Was hast du jetzt für einen Bogen? Meiner hat Stärke 2. Meiner hat Unendlichkeit 1. Meiner hat auch. Äh. Meiner hat Power 1. Geil. Ich verzauber mir jetzt ganz viele Bücher auf Level 1 und dann mach ich übelst den Krossen Shit. Kann man die dann auch zusammenkleben die Bücher? Klar. Kostet das auch was? Ja okay. Ja. Ja. Bücher zusammenkleben. Ja. 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 Ja wie in der Schule. Nicht überlesbar machen. Wie in der Schule. Mit Edding. Ja. Ich hab immer mit Edding geklebt. Das war. Da war ich am erfolgreichsten mit. Weißt du ich bin so ein Pummel Fanatiker. Schlimm ist dass ich dir das sogar glaube. Ich hätte schon grad gedacht wir spielen auf Peaceful. Hm. Auf jeden Fall. Weil eben der Punkt ist dass ich wahrscheinlich vollkommen zu laut bin. Ich sollte mal. Ich nehm jetzt mit Großvonbraner auf. Während ich gleichzeitig mit euch über Headset Mikrofon rede. Zusammenhäng. Geiler Scheiß. Habt ihr auch nichts verstanden? Wobei ich mach mal Plan B. Nee. Gar nichts. Okay. Kalle wie war der Tag so? Ich mein aber richtig geil. Okay. Voll geil. Ich wär grad. Du sag mal an. Bin ich zu laut für euch oder bin ich zu leise? Genau richtig. Du hörst dich an wie du selbst. Das ist schon zu laut. Du hörst dich einfach richtig scheiße an. Ja. Übel dumm. Könnt ihr nicht einfach sagen ob ich zu laut oder zu leise bin? Ja wie gesagt du hörst dich scheiße an. Also es läuft eigentlich. Also es läuft ganz gut bei dir. Du hörst dich wie gesagt. Läuft bei dir. Bin ich zu laut oder zu leise? Läuft bei dir. Also die Standardantwort. Passt eigentlich. Passt auch nicht. Also bei dir passt das ja. Ja bei dir passt. No. Einfach nur no. Nee nee das war letztes Mal. Nope. Kubi ist immer noch zu leise bei mir. Ja gell Kubi jetzt. Bei mir auch irgendwie. Komm Kubi reg dich mal auf hier. Lass mal deine Emotionen einlaufen. Nee bitte nicht ich hab ihn jetzt grad auf 10 Dezember. Plus. Okay. Ich hab alle irgendwie im 10 Minus Bereich. Auf dem einen Grund da. Ähm. Wieso leften die alle? Ich weiß es nicht. Wir sind alle weg. Das ist das Problem. Kann uns doch egal sein. Hä? Oh jetzt muss ich nochmal Minecraft starten. Weil der Server jetzt eine andere Version hat. Ja geh auf 1.75 Alter. Ja leck dich doch. Ja nee. Einfach mal no. Einfach mal no. Einfach nein. Wir spielen. Weißt du. Karl und ich hier. Wir haben uns so voll eingefriended. Und wir sagen einfach nur no. Einfach nur no. Einfach nur no. Einfach. Ja. Es gibt einfach keine. Es gibt gerade Sandfarben um ein Zombie rum. Pah. Was sagt der Zombie dazu? Einfach nur no. Hey bleib mal stehen. Hey du hast Hunger bleib mal stehen. Du hast viel zu viel Fantasie Alex. Gell Zombies reden nicht. Ja. Boah. Okay. Oh du bist so dumm. So dann gehen wir noch ein paar Springen abfahren. Ja wir haben was geraucht. Geraucht immer vor der Gehe. Geraucht immer vor der Gehe. Die kommen und gehen wieder ey. Die führen doch was im Schilde. Hallo. Ja bitte. Ich trau mich nicht die Außenzahn hier zu bauen. Weil da muss ich Wolle benutzen und irgendeinen Spack. Wackel die einfach ab. Ja würde ich auch nicht. Das irgendwas anderes geiles brauchen. Aber nicht die Außenzahn. Bräuchte jetzt vielleicht. Die ist üelschwer. Nee ich hab ja gerade eine geile gefunden. Ähm Alex. Hm. Hast du ähm. Hast du ähm. Ja dann. Bau aus farbigem Leben. Hast du ähm Kohle. Nee es. So braucht man. Knapp schon. Ja ich würde mir dann wenig Kohle snacken von dir. Richtig mit meinen. Mit meinen Schneidezähnen. Ich bin dir näher. Ich habe ich. Höh Zombie. Höh. Höh. Hab ich mich gerade erschrocken. Ohne Witz. Höh. 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 Sernmongo. You know what it is. Höh. 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 Ich würde mich ja gerne hochporten. Aber das wird leider nichts. Höh. Höh. Slashhorn bringt da leider nicht allzu viel. Nee. Sag mal. Wollt ihr mich nicht verarschen? Die spawnen Zombies vor meiner Fresse. Ja das kenne ich auch. Das sind diese penetranten äh Diebe hier. What the fact. Ist fast schon zum äh mir fällt nichts wichtiges ein. Zum. Du bist viel zu YOLO für mich. Komm. Ah hier ist Glowson. Und ich habe Glowson fast nicht gefunden. Ich bin nämlich voll doof. Ey Kalle ich habe einen mega guten Bogen. Der hat haltbarkeit 1 und stärker 1. Willst du mir den für 12 Diamanten abkaufen? Stimmt nicht. Du hast nicht. Du hast nicht. Du hast nicht. Ich habe doch selber einen guten Bogen. Oh cool ich habe noch einen Amboss. Ich will. Nein. Aber doch nicht für 12 Dias. Doch. Ja doch. Wir haben gar keine mehr. Ja. 40 Stück. Aber ich habe doch auch einen Stack Dias. Fast. Ich habe ernsthaft gesagt. Gut es war ja nur noch ein Crafting Table oder Holz. Holz. Achso das war keine Frage. Shit. War keine Frage. Ja doch. Okay. Ja dann Holz. Nein es war keine. So dann mache ich jetzt mal ganz kurz wieder auf Feuerbild. Wie kann man nochmal Zombies in Dorfbewohner zurück verwandeln? Mit einem Heilungstrank ne? Was? Das kann man? Wusste ich gar nicht. Ja kannst du. Aber nur die richtigen Zombies. Die die richtig wanky shittig sind. Nils hat das Spiel raus. Weil Minecraft bleibt immer hängen im E. Ich flipp gleich aus. Was macht denn ihr ernsthaft? Ich habe kein Problem damit. Los Zombie. Komm hinterher. Ja die Kräfte ist halt scheiße. Minecraft. Das ist Soulsend. Dein Kraft. Esserstone. Na das Topenhose. Spielst du auch Dein Kraft? Ne ich spiele nur meinen Kampf. Mein Kampf. Mit Blöcken. Brauche ich aber nicht. Ja gut ich auch. Ich hab noch irgendwo Glowstone. Ich hör auf. Ich hör auf. Es ist immer nur ein Moment lustig. Und dann kommt Coby. Ja. 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 Der hier seine Minecraft nicht funzt. Ja oder Can. Der kotzt dauernd man. Oder Alex. Der kotzt gar nicht. Hey. Alex ist einfach nur süß. Alex ist einfach nur voll. Ja der ist voll der sweete. Voll der sweete boy. Stimmt. Hat irgendjemand Leder zu verkaufen? Ich bin ja nie wieder in einem meiner Projekte. Nee. Aber ich kann es dir traden. Ich schneide jegliche Redezäne von euch jetzt raus. Hier aus diesem. Aus dieser Folge. Und dann seid ihr offiziell nicht mehr auf meinem Kanal erwünscht. Nein Spaß. Okay. Aua. Also ich komme dann mal zu euch. Fashion Jungen. Fashion Boys. Fashion Boys. Geil. Wir sind Fashion Boys. Oder wie ProSieben sagen würde. Drei Fashion Buam. Oh Mann. Oh. Aber ich muss wirklich sagen. Wir sind die Fashion Boys. Yeah. Mit dem. Super Secret Settings sieht das alles extrem tight aus. Richtig tight. Ja. Richtig eng. Hm. Ich meine. Ich gehe jetzt. Ich gehe jetzt. Da muss ich jetzt halt echt Julian zitieren. Weißt du. Aber ich tue es nicht. Apropos Zitate. Kalini. Apropos Zitate. Ja. Fashion Boys. Einfach mal No. Fashion Boys. Einfach mal No. Fashion Boys. Einfach mal No. Fashion Boys und einfach mal No. Das war No. auf Level Over 9000. Mhm. Blöd. Ich würde jetzt gerne an meinem Handy rumspielen. Aber ich kann gerade nicht. Dein Lümmel? Nein. Mein Handy. Ich meine auch wirklich. Mein Handy. Ich gucke auch nicht. Das in deiner Hose ist. Das unter deiner Unterhose drunter ist. Das Handy meinst du oder? Du hast dein Handy in der Hose. Kann gerade nicht Badumdüschen schreiben. Ähm. Kalini. Nein. Mein Handy ist nicht in meiner Hose. Mein Handy ist auf meiner Hose. Oder wenn ich die Vibration spüre. Falls mir jemand schreibt. Mach ich auch immer. Es wird Zeit dafür. Bisschen voll gleich, Nico. Ja. Weißt du. Auf'n Penis ist viel geiler als im Penis. Was hast du bitte für'n riesen. Äh. Was hast du für'n kleines Handy? Fetisch? Nein. Kleines Handy. Nokia. Irgendwas. Aber ich hab das nur aus einem Grund. Weißt du. Nachbarkämpfe. Akkulaufzeit. Nachbarkämpfe. Mhm. Zombie-Apokalypse. Apokalypse. Akkulaufzeit. Akkulaufzeit. Ja. Akkulaufzeit. In der Zombie-Apokalypse ist so'n Nokia-Handy besser als alles andere. Weil es hält einfach ewig. Besser. Du nimmst nen Stock. Und nen Nokia. Und dann hast du rein. Dann schlägst du einfach Zombies damit. Äh. What the fuck. Alex. 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 Ja. Was hast du mir? Heißt du Alex? Geht schlecht. Ja. Alex. Hast du mir eine Brutsamkeitsspitze gegeben? Ne. Sorry. Geht grad ein bisschen schlecht. Wo bist denn du? Bei äh. Kalle. Can. Kubi. Und so weiter. Ne. Das war's. Ja. Was mit denen? Alex. Zieht jetzt um. Zu uns. What? Echt? Ja man. Ich bleib ganz alleine. Oh ja. Baut da auf jeden Fall. Ich baue da was ja. Ohne Spaß. Ja. Dann bauen wir die. Aber mit Lehm. Ja. Ne. Alter. Wo seid ihr hier? Ja. Aber doch nicht mit Wolle. Das kann abbrennen. Bist du behindert. Ja. Wo seid ihr hier? Sau. Weißt du Kubi. Es kann nicht nur abbrennen. Das wird abbrennen. Boah. Alter. Ich bin so froh dass ich nicht hier habe. Ohne Witz. Ohne Spaß. Hi Kubi. Au. Ich bin gerade in Lava reingelaufen. Oh. Hast du auch das Best of gesehen? Nico. Ohne Spaß. Ne. Bei was? Na Pete's Meat. Äh. Ne. Noch nicht. Wann habt ihr denn das hier gebaut? Uwisgall. Achso. Ohne Spaß. Meinst du das eine wo ganz oft ohne Spaß und so gesagt wird? Naja. Ja. Ne. Hey Kubi. Aber das von April musst du dir auch geben. Uwisgall. Habt ihr diese Brücke hier. Diese äh. Ding gebaut hier. Was? Mit Steinen. Die Pyramide. Die hat Kalle irgendwann gebaut. Keine Ahnung. Ja. Letztes Mal hab ich die gebaut. Wisst ihr was in Minecraft voll unlogisch ist? Ja. Ja. Letztes Mal. Man kann an Wasser hochschwimmen. Da oben. Im Pool und hab die nicht gesehen gehabt. What the fuck. Letzte Season hab ich äh. Letzte Seasonaufnahme hab ich die gebaut. Okay. Ich bin offiziell blind. Na gut. Ich bin ja auch letztens äh. Durch die. Durch die Brücke gegangen. Ich gehe mittlerweile über die Brücke so drüber. Hey Alex. Hast du die Brücke jetzt für den Scheiß gebaut oder wie? Welche Brücke? Ja die die bei uns da ist. Nein. Ich will ja nur bei denen ein Haus bauen. Achso. So eine kleine Zwischenresidenz. Falls mal Krieg ist bei uns. Weißt du. Zwischen uns so. So. Geschlechterkrieg. Weil ich zu männlich bin. Fett Pief. Nein. Weil du zu männlich bist bestimmt nicht. Ich brauch Kohle. Ich geh jetzt einkaufen. Ja siehste sag ich doch. Du bist viel zu weiblich für mich. Was ist an Shopping bitte männlich. Äh. Weiblich. Verdammt. Alles ist männlich. Außer John. Außer John. Ich muss sagen. John Smith abert sich wirklich genialst mit den Packshop-Fack-Sachen. Haben wir da irgendwie alle den gleichen Gedanken gehabt. So ich brauchst irgendwo einen Platz wo ich bauen kann. Er wollte dir nicht letztes Season eigentlich rüber gehen zu den anderen und so Hallo sagen. Ja das können wir diese Frage. Folge machen. Da war noch was. Bei euch Haus. Boah ich muss pissen. Äh. Nicht pissen. Das ist voll scheiße. Alles ist männlich. Nicht nur die Wester 2. Was? Wie kommt das zustande? Ähm. Kubi das musst du mir erklären. Das verstehe ich gerade nicht. Achso. Ist Kubi eigentlich schon unsere Zitate eingewiesen? Noch nicht. Ja ich hab seit zwei Aufnahmen immer die Zitate eingeführt. Also immer wenn irgendjemand was geiles bringt dann muss ich es zitieren. Das bin so ziemlich immer irre. Kali. Ja was ist denn Alex? Wo kann ich hier bauen ohne dass ich euch irgendwas ähm Platz wegnehmen? Sag nicht. Sag nicht. Sag nicht. Sag nicht. Sag nicht. Da drüben auf der äh da drüben an unserer. Okay dann sprecht halt nicht mit mir. Ähm. Nein. Ganz ernsthaft. Ich hab keine Ahnung. Ähm. Kali ich würd sagen irgendwie auf der ja so auf der anderen Seite da wo da wo halt ähm hier wer es ist. Du kannst so gut beschreiben. Da wo die Bäume sind würd ich sagen. Ich würd sagen hier so hin. Hier. Hier. Nicht bei den Bäumen. Das wäre direkt neben mir. Die hast. Die hast. Die hast. Die hast. Die hast. Die hast ja direkt neben dir. Ich hab die hast gefunden. Ich würd sagen hier. Könnt ihr hier noch ein bisschen rausbauen. Ich würd sagen da. Ich könnte einen Hafen bauen. So ein Hafenhäus. Was könntest du machen? Ich würde sagen da. Und nicht bei den